Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind's wieder, Basti und die Mama. Nun, heute haben wir ein... Ich will kein Herz, ich liebe dich nicht. Nun müssen wir schauen, ob wir uns... Mann, wieso setze ich mich dann immer hin? Mann, du dumme Bank, seit wann stehst du denn da? Ey, was ist das? Ich wollte jetzt eigentlich mal... Ey, was ist das? Kennst du mich noch gar nicht, okay? Ich gehe erstmal gucken, ob ich ein Tierchen finde. Am besten ich nehme noch einen Elefant, aber der Elefant passt bei mir zu Hause nicht rein. Nein, ich glaube, ich gehe nach unten. So. Hallo, guten Tag. Eine Ente nehme ich bestimmt nicht. Ich will ein schönes Tier haben. Naja, vielleicht noch einen Löwe. Eine Giraffe wäre natürlich. Der guckt auch gleich aus meinem Haus raus. Was? Oh. Naja, die Schlange nehme ich nicht. Ein Stinktier ist recht nicht, weil dann kommt keiner nämlich mehr besuchen. Wo denn? So. Hä, wo sind denn die... Ja, natürlich. Ich nehme jetzt einen Affe. Kuh am besten noch. Na gut, positiv wäre es noch. Hä? Wo sind denn die Hunde? Die Hunde sind immer Owell. Ah, hier werden wir schon mal. Klar. Schon wie ein Hässiger stinkt hier. Hier sind die Hunde. Ja, warte, 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 warte. Pick. Alpaka. Okay. Ein H, ein Husky. Alter, du hessliche Fliege geht mir schon wieder auf den Sack. Ah, da ist ein Hund. Den möchte ich haben. Hallo, mein Spatz. Ey, sag mal, der hat mal ein Auto geklaut. Du verdammter. Alter, habe ich einen Riesenhund. Du verdammter. Ja, komm, Buschi, komm. Komm, Kleiner, komm. Oh. Hey! Was? Was, die kriege ich denn noch gar nicht? Kleine Arme. Lacki. Oh, ich habe jetzt Lack. Ich habe jetzt Lenefand. Als Büchstil. Komm, Lacki, komm. Ich habe Lenefand. Genau, Spatz. So, ein Nachname. Das ist mein Hund schon wieder weg. So, da heißt es jetzt Basti. Komm mit, Basti. Basti rennt schon mit dem Elefanten. Nee, da fangst du nicht die Türe. Hey, du dumme Bitch. Aha. Er war bei dem Auto. Komm, Lacki, komm. Wo? Komm mit, Basti. Komm, ich weiß, wo du bist. Was ist denn, 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 was ist denn? Hey, guck mal an. Ok, wir mal an der Runde. Leine, ne. Leichtrunde oder so. So. Heu noch. Eier, scheiße. Das ist ja Bastion. Bööö. Scheiße, das heißt ja Bööö. Das ist ja Bastion. Ja, genau. Bastion. hier wollte ich reingehen war jene so viel war das ist alles ein tanzstudio wo bist du ich bin ich bin hier vorne so mein gott okay das ist denn hier so eine schöne aussicht ist das hier ach so ich bin hier in der nähe auf dem friedhof ok ja wir kommen ich bin auf dem dach gelandet ich muss ein taxi holen ich bin auf einer feuerwehrstation gelandet da möchte ich auch noch mal rein wir kommen jetzt rein was so alles klar hier vorne sitzen ich werde mal weiter mal gucken was wir heute noch so alles finden vielleicht sollte ich mir heute noch ein freund suchen ich werde jetzt erstmal auch ein auto holen und ich nehme erstmal die wand mit und wieder die wand mitgenommen oder für eine mit lambour ich habe ihn gar nicht erkannt eben alles klar war bestimmt mein bruder wer weiß wer da ruft das oder ist ja ein wandel ein mann ein mann ich darfst du liebst nach männer was ist der rein da kommt jemand mit einem reichen auto und muss ich sagen wenn jemand mit einem reichen auto also kann ich nicht mehr machen reiche männer sind nötig hä du musst dir doch einen besten freund suchen hallo ich will aber nicht in deinem auto rein hallo ich will aber nicht in deinem auto rein mein hundi wir werden jetzt einfach mal alter fährst du mich noch mal an und klatschst du bei klatschst du mein freund klatschst du mein freund klatschst hallo holen hallo alles klar die du schmütig wird nicht an die stimmten und die 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 politika für APP significa nicht als besten freunde sind doch einfach mal herkommen ich weiß doch noch mal kindern ja kann ich mich nicht in der stadt ist das hier rein das ja auch nur und ich zeig dir mal mein cooles haus ich wollte einfach mich ich wollte es hat keiner ihn erlaubt in meinem bett zu schlafen ich glaube ich bin hier mittlerweile ich werde sauer jetzt werde ich sauer jetzt werde ich sauer ich verbrüge ihn mach das video gleich aus jetzt machen wir gleich ein neues video machen bleiben sie doch stehen ich wollte ihnen doch gar nichts tun mal an tschüssi was sind sie denn für eine memme du bist der baby la 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 scheiße ich bin hier im baum gefahren ich bin jetzt ganz sauer ich bin mega sauer wenn der jetzt zu mir ich bin ganz sauer ich bin ganz sauer ich bin ganz sauer wir sind warte warte alter ich werde jetzt ganz sauer mein freund das wird doch zu gruselig war das ist auch gruselig was nein doch kein fröhliches gesicht du knalle es folgt gleich part 2